Moin liebe Primetimer, wir haben wieder ein neues Video für euch am Start und zwar jetzt diesmal den zweiten Teil von unserem Warm-up und diesmal wird es etwas schwieriger. Ich habe heute dabei einer, der für euch die mittlere Schwierigkeitsstufe durchführt, also wird ein bisschen springen, aber nicht so extrem und Jona auf der anderen Seite wird die Hardcore-Variate machen, also ein bisschen mehr springen, ein bisschen mehr sich anstrengen müssen. Passt euch da einfach dem Level an, was für euch passt und dann würde ich sagen, legen wir los. Zehn Minuten geht das Ganze, viel Spaß dabei. Erste Übung wird sein, einmal, dass der Freddy auf der Stelle joggt und Jona wird kleine schnelle Sprints ausführen. Und dann kommt schnell. Ja, komm mal ein bisschen mehr tief und ganz hoch. Bleibst aber bei diesen schnellen Fußbewegungen, kommst immer tief runter und dann schließt du auch wieder auf. Bring dir die Arme schön mit, das ist auch schön in der Bewegung, bewegt sich ganz locker, rollt weit mit dem Fuß ab. So, man sieht auch schon, Jona streckt sich ein bisschen an, da geht der Fuß auch schon hoch. Sehr gut. So, Hälfte habt ihr geschafft, klein bisschen daus noch. Aber das ist ja auch ein Warm-Hop, also schön ruhig, auch wenn man knültig die Beine angehört. Top! Top! Rumpen sich langsam auf. So langsam. Gut. Acht nochmal drauf, dass ihr die Schultern da hinten nehmt, dass sie schön gerade steht, dass sie den Bauch anspannt und ein bisschen Bauchspannung aufbaut, dass sie da einfach eine gute Haltung hat. Sehr gut. Dann geht's gleich für die Beine in einen Kniehebelauf. Und zwar etwas leichter, etwas schwieriger auf der anderen Seite. Gut. Freddy wird einfach nur drehen und einmal das Knie hochziehen, weil er die Arme hochkommt. Jona wird etwas mehr den Kniehebelauf machen, also wirklich high knees im Lauf. Genau. Die Arme strengen wir lang nach vorne aus, auch da so eine Spannung auf, dass du richtig deine Bauchmuskeln anstrengen möchtest. Also wir wollen jetzt überhaupt nicht nur einmal deine Muskeln aufwärmen, sondern auch die Aktivierung der Muskulatur, Rumpfmuskulatur voranbringen. Genau. Schön die Arme festen. Und da sparen wir ein. Hier noch ein bisschen wieder. Pusse bis zu den Händen. Ja, guck mal. Sehr schön. Auch hier zu Hause. Schön die Knie hochziehen. Lauf da wirklich richtig mit Spannung. Zieht das durch für die Minute. Ja. Sehr gut. Und Freddy könnt ihr vielleicht mal simpel ein bisschen erhöhen. Also ein bisschen schneller das Ganze machen. Genau. Sehr gut. Okay. Ja, das sieht doch schon gut aus. So, hast du noch 10 Minuten knackt? Genau. Und nochmal die Brust nach vorne, die Schulter bitte hinten zusammen. Und dann gehen wir gleich von dieser Bewegung nach vorne, einmal ins Anfersen. Freddy macht so ein Step-Touch und ein Anfersen. Und Luna geht in dieses klassische, was man vielleicht so aus dem Fußballverein kennt, dieses Anfersen. Die Händen gerne hinter dem Tor, dass er da schön dran kommt, aber euch nicht weh tut. Genau. Sehr gut. Nehmen wir ein bisschen anziehen. Perfekt. Schön großen Schritt, dann rein zur Seite. Geht so ein bisschen in die Kniebeuge und dann zieht ihr die Ferse bis zum Po ran. Also wieder das Gelenk für die volle Weite ausnutzen. Sehr gut. Halbzeit habt ihr. Ein bisschen was kommt noch. Können wir hier das Seto ein bisschen einfließen? Natürlich können wir das. Yes. Das ist gut. Jona gehts bei dir. Alles gut? Alles top. Alles top. Wunderbar. Holt es jetzt auch schon an. Geht hoch bei Bein. Macht das gut aus. 10 Sekunden. Achtet nochmal wieder auf eure Schulterblätter und nehmt die nochmal zurück. Man leigt immer dazu, nur mit der Zeit sich so ein bisschen einzurollen. Achtet einfach auf eine gute Haltung. Als nächstes machen wir mit der Handländer. Jona fängt mal mit normalen Handländer an. Und wir haben hier eine Variante, die ohne den Sprung funktioniert. Aber ihr seht, dass es eigentlich mit dem leiten Tempel funktioniert. Mit einem Kuscheln. Mit einem Kuscheln. Mit einem Kuscheln. Und vielleicht kannst du dich auf Jona's Tempel anpassen. Yes. Genau. Jetzt arbeiten wir hier. Gut. Wunderbar. Die Arme gehen schön unter den Oberstegel. Und dann streckt ihr die Arme hier nach oben. Wunderbar. Wenn ihr Hampelmänner macht, achtet so ein bisschen drauf. Wenn ihr rechtlich macht, dass ihr die Knie leicht nach außen dreht, wenn ihr landet. Und auch mit der Ferse landet. Dass ihr keine X-Beine macht oder irgendwie auch schießt. Ja. 20 Sekunden sind es noch. Wie fühlt ihr euch? Entspannt. Eigentlich aufgewirkt. Der Schweizer läuft schon ein bisschen. Aber das ist auch beim Angezogen. Stimmt. Sehr. Okay. Sehr gut. Als nächstes machen wir gleich die Schere-Bewegung. Und da geht ihr einmal so einen kleinen Frontlauf. Und kreuzt die Arme. Und spreuzt dann abwechselnd die Füße nach vorne. Und die Arme auch schon dafür. Richtig hoch. Genau. Das kann man jetzt mit dem kleinen Spruch machen. Das ist so ein ganz kleiner. Man könnte es aber auch als Lauf nehmen. Das ist noch gar nicht. Und trotzdem den Takt erhalten. Also auch was für die Koordination. Hand-Fuß-Koordination haben wir auch gleich mit abgedeckt. Wunderbar. Auch hier seid ihr so durch die Übung und in einer kleinen Rücklage. Da hat die Bauchmuskulatur auch richtig viel zu tun. Das heißt, ihr probiert die richtig anzuspannen. Und da richtig was zu spüren. Dass ihr schon mal wirklich an die Voraktivierung habt. Das dauert also noch 20 Sekunden. Gut. Wir gehen wieder etwas höher ab. Halte hier auf Schulterhöhe. Schultern nach Binden und Brust raus. Bauch anspannen. Und in 10 Sekunden sind gleich die Skater. Dann nutzt ihr die volle Breite eurer Matte aus. Und hüpft sozusagen einmal von der einen Seite bis zur anderen Seite. Und los geht's. Wunderbar mit so einem kleinen Sprung machen. Großen Sprung. Zack. Und Freddy macht das Ganze mit so einem Schritt. Also er hüpft nicht. Genau. Sehr gut. Die Arme nehmt ihr auch schön mit. Wie so ein Skater. Richtig schön. Rum, 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 rum. Gutes Setzen. Sehr schön. Sehr gut. Freddy macht das sehr elegant. Die ganze Aerobics sagen. Wer von euch war noch so damals in diesen Aerobic-Kursen dabei, so Step und sowas. Macht auch mal wieder Spaß. Wenn wir da was machen, so in die Richtung. Wir machen Pia und ich bestimmt gerne was, so in die Richtung Aerobic oder so. Schreibt uns das mal in die Kommentare. Sehr gut. So. 20 Sekunden sitzt noch in die Richtung. Schafft ihr das noch? Natürlich. Ja, natürlich. Und Freddy? Ja, ich denke schon. Okay. Sehr schön. Gerne. Gutes Tempo. Haltet das. Sind noch 10 Sekunden. Schaut auch mal zwischen mich nach oben. Rollt euch nicht ein. Schultern nach hinten. Richtet euch auf. Achtet auf eine gute Haltung. So. Und als nächstes gehen wir in so einen kleinen Sprinter. Und dann gebt euch ein kleines Kommando. Jetzt. Und dann springt ihr einmal hoch. Beziehungsweise geht auf die Zehenspitzen. Jetzt. Jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Sehr gut. Halt der Hamba. Und jetzt. Geht das Ganze ein bisschen in diese Richtung rüber. Sprint in diese Richtung. Und jetzt. Hoch. Und wieder zur anderen Seite. Und jetzt. Und wir gehen wieder in die Richtung rüber. Aber hoch, jetzt. Kleine schnelle Sprünge in die Richtung. Und jetzt. Bleibt in eurer Mitte. Fünf, vier, und jetzt. Gut. Wunderbar. Dann habt ihr da euren Anstrommelübung jetzt schon geschafft. Beginnt eine Übung für den Rücken. Überkreuzt euer rechtes Bein nach links rüber. Streckt euch hoch. Und für euch zu Hause ist es natürlich andersrum, Entschuldigung. Es ist für euch das linke Bein, das geht ihr nach rechts. Und auch den linken Arm streckt ihr nach oben. Und ihr lehnt euch nach rechts rüber. Tief durchatmen. Tief durch die Nase ein. Und ihr stimmt euch aus. Einmal lieber hier bitte wechseln. Also jetzt geht euer rechtes Bein, hinter das linke Bein. Und ihr lehnt euch einmal nach links rüber. Streckt den rechten Arm nach oben. Wunderbar. Macht es hier auch nochmal auf, dass ihr euch nicht einrollt. Zuletzt trotzdem, dass ihr zur Seite gedreht seid. Euch auch richtig. Perfekt. Wir gehen in eine Kniebeuge. Und ihr verkreuzt die Hände wie beim Yoga-Form zusammen in der Berghaltung. Und dann dreht ihr euch zur Seite und dreht eine Arm. Du zieht euch auch. Kommt wieder zurück zur Mitte. Berghaltung. Und kommt wieder in die Öffnung zurück. Rotation. Zur anderen Seite. Berghaltung. 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 Immer zwischen diesen beiden Produktionen. Die andere Hand bleibt bei eurem Muskel. Bein ganz eng dran. Haltet da sogar den Körperkontakt. Gerne. Und schön hochdehnen. Wunderbar. Schaut zur Decke hoch. Schaut eure Hand hinterher. Streckt euch mit. Und dann zieht euch auf die Atem. Atme ein, wenn du dich ausrotierst. Und aus, wenn du dich in die Mitte bist. Ein, wenn du dich aufrotierst. Und aus, zur Mitte. Die nächste Übung geht ihr gleich in einen Ausfallschritt. Und wir starten damit, dass ihr mit eurem rechten Bein nach hinten geht. Und ihr kommt einmal ganz tief runter mit dem Knie. Legt die Hände auf den Boden. Boden rotiert euch einmal nach links. Halte das Ganze. Einmal wechselt. Über die Mitte. Jetzt einfach nach Rotieren nach rechts. Und vor. Schiebt die Hüfte dabei noch ein bisschen weiter nach vorne. Kommt einmal zurück in den Stand. Wechselt einmal die Beine. Dass ihr auch keine andere Hüfte dreht. Anderes Bein findet. Das linke Bein nach hinten. Und dann dreht ihr euch eine auf. Und zwar nach links hoch. Oder euch nach links hoch. Das ist immer total verwirrend. Das fand ich früher schon in meinen Kursen verwirrt. Wenn man sagt links, dann muss man das alles seitenverkehrt sagen. Ich hoffe, dass ihr einfach das so mitmachen könnt. Einmal auf die andere Seite. Und dann kommt ihr jetzt stehen nach oben. Und dann schüttelt ihr euch nochmal ein bisschen aus. Kreist noch mal die Schultern. Sehr gut. Ich habe ihr beide seid nicht aufgewirrt. Ja. Angeschwitzt. Wunderbar. Dann habt ihr es auch geschafft. Und jetzt kann es bei euch weitergehen mit einem der nächsten Videos. Das heißt, ihr könnt ja zum Beispiel ein Intervalltraining machen. Oder ein Beine-Po-Workout. Oder was in die Richtung. Sucht euch da was Schönes aus. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.